Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch noch einmal meinen Eltern-Kind-Online-Kurs Ich bin mein eigener Superstar vorstellen. Denn auch diesen Kurs wird es ab dem 1.4. nicht mehr geben. Auch dieser Kurs ist nur noch bis 31. März verfügbar und auch auf diesen Kurs könnt ihr aktuell 70% sparen. Weil ich eben noch mal jetzt, bevor die Kurse dann gehen dürfen, in Rente gehen dürfen, noch mal so viele Menschen, so viele Familien wie möglich mit diesen Inhalten unterstützen möchte. Und deswegen gehen wir in diesem Video noch mal auf diesen Online-Kurs gemeinsam ein. Ich bin mein eigener Superstar. Dein Eltern-Kind-Online-Kurs für innere Stärke. Wünschst du dir, dass deine Kinder mit mehr Selbstvertrauen durchs Leben gehen? Dass sie lernen, auch mit schwierigen Gefühlen mit Leichtigkeit umzugehen und dass sie sich selbst lieben können. Eben die Dinge, die wir ganz oft als Kinder nicht gelernt haben. Wünschst du dir das für deine Kinder und fehlt dir noch dieses Know-how, wie du das kindgerecht deinen Kindern mit auf den Weg gehen kannst. Eben für einen harmonischeren Familienalltag, um deine Kinder perfekt für ihre Zukunft vorzubereiten. Und genau dafür habe ich Ich bin mein eigener Superstar kreiert. Ein Kurs für Kinder kreiert, den aber Eltern auch wunderbar mitmachen können für die Heilung ihrer inneren Kinder. Und in Ich bin mein eigener Superstar erlernst du gemeinsam mit deinem Kind, ihre innere Stärke zu erkennen, um ihr Selbstvertrauen wachsen zu lassen. Die gute Seite in allem zu sehen, um resiliente, auch schwierige Schul- und Alltagssituationen bewältigen zu können. Gesunde Beziehungen aufzubauen, von denen sie den Rest ihres Lebens profitieren. Spielerisch kraftvolle Selbstschutzgewohnheiten zu etablieren, um für sich selbst gut zu sorgen. Gefühle besser zu verstehen und liebevoll mit ihnen durchs Leben zu gehen. Misserfolge und Fehler zu bewältigen, um künftig allem gewachsen zu sein und Dankbarkeit zu üben. Und all diese Punkte finde ich so wahnsinnig wichtig. Stell dir vor, wir können die Zukunft dieser Welt gemeinsam mitgestalten, indem wir unsere Kinder und uns Eltern ermächtigen, auch in herausfordernden Zeiten stark, zuversichtlich und entspannt zu sein. Und genau das lernt ihr gemeinsam in Ich bin mein eigener Superstar. Was bringt der Kurs für euch mit? Worksheets und Bastelanleitungen direkt zum Umsetzen. Anleitungen für neue, einfache Routinen in eurem Familienalltag. Kraftspendeübungen. Tools, die nachhaltig für das zukünftige Glück deiner Kinder entscheidend sein werden. Meditationen, Traumreisen und Yogaübungen. Und ist alles wie immer mit minimalem Zeitaufwand super effektiv und kinderleicht, verständlich und angeleitet durch mich. Ich empfehle den Kurs für Kinder ab vier Jahren, aber auch mit zehn, mit zwölf, mit 15 Jahren kann man diesen Kurs sehr gut machen. Und er ist vor allen Dingen so wichtig auch für uns Eltern und unsere inneren Kinder. Und ganz oft haben wir ja auch nicht gelernt, wie man gut mit den eigenen Gefühlen umgeht. Also lernt es doch gemeinsam mit euren Kindern mit diesem Kurs. Für eben weniger Stress, weniger Streit und schlechte Laune. Für mehr Respekt, Leichtigkeit, Energie, Freiheit, Freude und Entspannung in eurem Familienalltag. Für dich eingeladen, diesen Kurs gemeinsam mit deinem Kind zu erleben und auch dir und deinem inneren Kind Heilung zu schenken. Und nach diesem Kurs seid ihr gewappnet gegen Stress, gegen Konflikte, gegen Kritik. Habt ihr mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe entwickelt. Habt ihr stärkende, erdende Routinen in eurem Familienalltag integriert. Seid ihr alle entspannter, gelassener, glücklicher, resilienter und könnt entspannter einer glücklichen Zukunft entgegenblicken. Und wir können auch nochmal gemeinsam durch die Inhalte durchgehen. Also es gibt vier Module. Kindgerechte Persönlichkeitsentwicklung, meine Gefühle, Entspannung und Körperwahrnehmung. Mit insgesamt 10 Videos, 30 Audiodateien mit knackigen Übungen, 17 Worksheets, 4 Bastelanleitungen, 7 Meditationen und Fantasiereisen. Die Übungen und Routinen aus diesem Kurs können dich und deine Kinder nachhaltig stärken und ein Leben lang begleiten. Und bis zum 31. März habt ihr letztmalig die Möglichkeit, das für euch, für eure Familie zu nutzen. Und weil es eben letztmalig diese Möglichkeit ist, spart ihr gerade 70% auf den Kurs. Ihr bezahlt also keine 555 Euro mehr für den Kurs, sondern spart 70%. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass noch möglichst viele Familien von diesem Kurs profitieren. Weil das einen extremen Unterschied in unser aller Leben macht, in unserer aller Zukunft. Im Leben unserer Kinder, unserer Enkelkinder und unserer Urenkelkinder. Wenn wir als Erwachsene endlich diesen Kreislauf durchbrechen. Wenn wir aufhören, Gefühle zu unterdrücken. In diesem Stresshamsterrad gefangen zu bleiben. Wenn wir unseren Kindern von vornherein mitgeben, wie sie auf stressige Situationen reagieren können. Wie sie mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstliebe entwickeln können. Wie sie resilienter für dieses Leben werden können. Und du kannst mich sehr unterstützen, indem du jetzt hier dieses Video kommentierst. Indem du dir die Infobox durchliest, wo du auch nochmal den Gutscheincode hast, den du nutzen kannst. Wenn du den Kurs jetzt im März günstiger kaufen willst. Du kannst dieses Video liken. Und du kannst es so gerne mit allen Familien teilen, die von diesem Kurs profitieren könnten. Und dafür danke ich dir von Herzen. Wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Ich bin mein eigener Superstar. Solltet ihr noch Fragen zum Kurs haben, schreibt es bitte super gerne in die Kommentare. Dann kann ich darauf noch eingehen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.